Hi und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch das Level 5 in der Welt Haber vorstellen. Ich fange einfach mal an und zeige euch, wie ihr es macht. Der erste Zug wäre die Kiste hier, einen nach rechts zu schieben. Und unser zweiter Zug wäre einfach die Kiste mit dieser auszutauschen. So, jetzt haben wir Level 5 fertig. Im nächsten Video zeige ich euch Level 6. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.